Auf gut Deutsch und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Plays Anschattet 4 Also, wir sind Kapitel Nummer 5, Hector Alcacer, das ist der Typ vor uns und steht jetzt in der Haut von Samuel Drake, dem Bruder von Nissen Ja, dann nehmen wir sie doch, Dankeschön Ja, das kommt schon wieder Hector, damit löst du einen verdammten Aufstand aus Guti Nehmen wir mit So So, zack, 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 weiter Für den natürlich alles wird, was wir brauchen, Munition Habe Entdeckung mit dir Jawohl Geht hier ob ich an Munition noch oder so? Okay, schau mal So, wir nehmen natürlich die Waffen mit Okay, drei, äh, Steuerkreuz links, gestürt der Plätze Funktioniert? Das sehe ich Das sehe ich Und was jetzt? Estamos in Position, están listos? Ja, da bin ich Samuels Gehrteko Was, warum? Tschüss Wum Sehen Sie es nicht, okay Ja, ja, mir geht's gut So, wir haben noch, damit war lang wahrscheinlich. Wow. So, die Waffen immer mitgehalten. Klung. Wow. So, diese Tod. Weiter. Lavanderia, wahrscheinlich die Wäscherei. So, schön die Wachen da erledigt. Haben wir hier runter. Schon wieder in Deckung. So, das war ja mit dem... Jawohl. So. So, wir nehmen das. Okay, alles wunderbar. Ich stehe ganz, ganz oben. Soviel zum Thema mit zurück. hier unterdeckung das war mal eben gut wir folgen einfach mal wieder ähm sind wir tot jetzt hat er heute ajo Und tschüss. Und tschüss. Abba. Hier, Samuel, trink. Oh nein, mir geht's gut. Sogar besser als gut. Hier, du bist ehydriert. Los, trink. Danke. Also, was hat Samuel Drake jetzt vor? Hey, was hab ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Äh, meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Äh, keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lange? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, äh, stimmt. Okay, aber... Hör zu, es... Es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen, okay? Aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Oh, oh. Warte doch! Hey, hey, hey! Leider! Ganz ruhig! Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger? Ich hab dir geklappt. Darum bist du hier. Ich... ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Dame un Cuchillo. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre... Wie lang? Sechs Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. Drei Monate. Drei Monate sind unmöglich. Drei Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. Drei Monate und die Hälfte. Also. Wenn du wegläufst, oder versuchst, den Schatz zu verstecken, oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du's am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Startung ist zehn Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Hm. 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 Ich komm mit ein ganzes Mann vor sich hin und findet nichts. Hm. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich... ...habe sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und äh... ...ich wette, dass Rafe das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismaskreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Na gut, wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern sie und zwar in drei Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Äh, ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarkt-Auktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine zweite Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Tja, klar. Du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Ähm. Ähm. Oh, nein. Nein, Mann. Echt. Ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich... ich... ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Äh, was weiß ich. Leute wie... Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist mein Mann für solche Sachen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an. Okay? Ich brauche dich dafür. Oh, Mann, Sam. Es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcázar. Hm. 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 Hallo, Schatz. Ich bin's. Ja, hör mal. Das glaubst du nicht. Äh, Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Er. Ich weiß, ich weiß. Aber, äh, wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganofen, die sich rausgeputzt haben. Hm. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du's von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Hm. Hm. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Dann zentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Na ja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir's einfach. Gut. Einfach. Es wär viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam. Er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, Spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan. Wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelingt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, nein, nein. Hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Aber jetzt kommt schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er... Siehst du? Vertrauen. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. Und mit Kapitel 6, einmal ein Dieb, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020